Am Mittwoch wird das Wetter grau. Der Tag startet regnerisch und der Regenschirm sollte nicht vergessen werden. Tagsüber wird es vier bis fünf Grad geben, am Abend hört der Regen auf, es bleibt jedoch bedeckt. In der Nacht werden die Sterne nicht zu sehen sein und die Temperaturen liegen bei vier bis sechs Grad. In der Region wird es am Donnerstag den ganzen Tag bewölkt. Zumindest bleibt es trocken bei Werten zwischen sechs und acht Grad, der Freitag kommt dann mit anhaltendem Regen daher. Es bleibt ganztägig nass und die Temperaturen liegen bei sechs bis acht Grad. Der Regen findet auch am Samstag kein Ende und das Weihnachtswochenende startet klamm. Es wird ein wenig kühler bei Werten von fünf bis sieben Grad.